Ja, damit herzlich willkommen zurück zum Ancpod R2 Tutorial der Version 1.0.2.9. Und zwar sind wir jetzt angekommen beim Counter-Tab hier drüben in der Videobeschreibung. Findet ihr natürlich alle anderen Tabs hier auch. Sind wir gut über die Hälfte. Und ich würde mich natürlich, wenn ich euch mit irgendetwas weiterhelfen konnte und ihr vielleicht das Video interessant fandet, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen. Gerne auch über ein Abonnement und jetzt verschwende ich nicht weiter eure Zeit. Ich erkläre euch jetzt mal kurz, wie das hier funktioniert. So, und zwar beim Counter geht es darum, einen Todes-Counter einzuführen. Wir starten natürlich bei 0. Ausrufezeichen tot könnt ihr da zum Beispiel machen. Message-Template wäre dann Tode-Raute. Raute steht natürlich für die Anzahl hier, die bleibt. Und da könnt ihr ja natürlich auch, was weiß ich, da hinschreiben. So, Font-Size ist die Größe. Das ist Schriftart logischerweise. Font-Style ist einfach kursiv. Noch kursiver oder eben normal. Bolt könnt ihr hier natürlich auch umstellen. Ist es halt weniger dick oder mehr dick. Text-Farbe und Hintergrund-Farbe. Je nachdem, wie ihr das Capturen wollt. Könnt ihr natürlich mit OBS einfangen und auf euren Stream projizieren quasi, wenn ihr das möchtet. Und jetzt funktioniert das ganz einfach. Nämlich mit Ausrufezeichen tot 1. Da können eure Moderatoren theoretisch machen. Jetzt will es nur nicht. Ah, ja, richtig. Mein Fehler, entschuldigt. Wir müssen natürlich starten. Eure Moderatoren können das dann ganz einfach mit Tod 1 beeinflussen. Dann steht hier Set Tode 1. Und dann geht ihr dann natürlich wieder auf den Counter. Dann habt ihr Tode 1 stehen. Ihr könnt das auch ganz einfach mit Tod 400 machen. So, dann habt ihr halt im Counter im Endeffekt 400 Tode stehen. Und so weiter und so fort. Eigentlich ganz einfach. Da braucht ihr halt aktive Moderatoren oder eben Zuschauer. Je nachdem, wie ihr das einstellt, könnt ihr das machen. Und ja, das ist schon alles zum Todes-Counter. Ja, es ist, denke ich, vom Unkbot ein bisschen kompliziert geregelt. Es gibt schönere Todes-Counter mit mehr Personalisierungsmöglichkeiten. Denn es gibt automatisierte Todes-Counter sogar. Danach müsst ihr allerdings googeln. Ich selber benutze keine, weil so einen großen Bildschirm habe ich nicht, dass meine ganzen Tode da drauf passen. In egal welchem Spiel, auch solitär. Und ja, müsst ihr wissen, ob ihr den Unkbot-integrierten Todes-Counter benutzt. Ich wollte euch damit nur mitteilen, es gibt einen. Er funktioniert auch. Es gibt aber bessere. Ja, in diesem Sinne, das war es schon zum Todes-Counter. Mehr ist das gar nicht. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Schaut gerne die anderen Tutorials zum Unkbot R2 an. In der Videobeschreibung findet ihr alle Links. Und ich freue mich, wie gesagt, tierisch über einen Daumen nach oben. Und dann natürlich auch ein Abo. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Counter. Viel Spaß mit dem Unkbot. Und bis zum nächsten Tutorial. Macht es gut und ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020